Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video und einem neuen Spiel auf diesem Channel. Und zwar ist es diesmal Pummel-Part-Day. Und zwar ist dabei Ron-Rosie. Und Felix. Hallo. Bester Intro. Nice. So, Ron-Rosie. Starten Sie die Runde. Let's go. So, wer sich die erste Runde nochmal geben will, Link in der Videobeschreibung. Und ich nehme eine 9. Let's go. Einfach gesagt, getan. So muss es sein. Schatztruhe, bebahne dir durch den Weg. Okay, ist es genauso wie das letzte Mal auch? Ja. Ja, easy. Okay, let's go. Ich nehme nochmal eine 9. Nein, okay, eine 6. Versuch was wert. Dann nehme ich mal den Weg. Ciao, ciao. So, ich nehme mal Schlüssel hier. Blut habe ich genug. Noch zumindest. Neun. Ne, egal. Geht auch. Geht auch. Geht auch. Geht auch. Sieben ist okay. Sieben ist okay. Zack. Danke für die Schlüssel. Danke. Oh, vielen Dank, Alter. Äh, Linki, warum, warum blau? 8-9. Ja, weil sie das Master of Disaster geschenkt haben, ne? Ja, da steht der Höhe. Alles gut oder hast du einen Schlaganfall? Ja, nee. Ja, wahrscheinlich nicht einen Aussetzer. Strategie. Der täuscht den Schlaganfall vor. Ja. So, läuft. Numero uno. Numero uno, Numero dos. Numero uno. Ey, diese Musik immer. Okay, ausweichen, Leute. Das ist mein Schlaganfall. So sieht er von hinten aus. Let's go, würde ich sagen. Jo. Direkt tot. Ein Taxi hat mich geholt. Ach, Junge. Normalerweise habe ich ja nichts gegen Taxis, ne? Aber in dem Spiel... Taxis, ne? Oh mein Gott. Als ob! Hey, als ob er besser ist als ich, Alter. Ich glaube... Oh mein Gott, das ist... Taxis. Ich weiß, was... Wodurch ich sterben werde. Im echten Leben. Final Destination, sag ich. Taxis, Alter. Taxis. Er kriegt ein Geschenk. Taxis. Er hat neben dem Schlüssel. Er hat ein Geschenk. Ach, Schmutz. Eins weiter, wer lässt sich da. Ron, Rose, I, I. I, I. Mit dreifach I, bitte? Jo, fünffach I, ne? Eins, zwei, drei. Ja, perfekt, Digga. Genau das, was ich... Genau das, was du nicht brauchst. Ja, ich hätte Geschenk, gute Schlüssel. Alles hätte ich genommen, aber... So ist es schlecht. Ja, danke. So, let's go. Ne, sieben. Oh, besser. Jetzt reicht's. Rechts. Verdammt. Hä, jetzt schon wieder Schlüssel... Was? So schnell? Ach, das Spiel, das macht keinen Spaß. Ah, ja. Mein einziges Ziel ist vor Felix zu kommen. Zu kommen? Ja, viel Spaß. No, ich só steis. Ihr seid. Dazu. Hab's. Hab's Bewin. Hab's. Robert. Perfeeekt Wuhuu Ah Intense gameplay hier Ich bin auch noch hinter etienne ich glaube ich bin Ja wahrscheinlich kriegst du den Saunen Laser oder wieder dein scheiß Atom Ach ne Gesagt, getan Diese Lobby Atommüll und Aubergine Perfekt Perfekt Und er hat die Chest wahrscheinlich Es läuft für mich Das ist meins Dankeschön Erstes Für mich Let's go Ja Einmal im Kreis laufen oder was Gut Das ich schonmal am nächsten bin Shotgun 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 meins Komm jetzt gib Rakide Perfekt Ne Shotgun Ich meine doch Shotgun Er geht jetzt minus ein Du Menschen Boah das Spiel ist interessant War der okay das verstehe ich noch nicht Du musst dir die Pfeile merken Also rechts rechts Dann musst du eins rechts gehen Dann explodiert es Dann musst du nochmal eins rechts gehen Dann explodiert es wieder Ah okay also immer dahin gehen wo Okay Genau Du musst dir jetzt merken was es ist Und dann immer einmal stehen bleiben dazwischen Mhm Das ist ganz wichtig Wo bin ich denn? Hoch Oh Ich hab auf dem falschen Bildschirm Ja ich auch Was? Ja der Bot ist diagonal laufend Ja was ist denn das? Wie weit? Ach Gott ihr seid ja so ewig weit weg Ja wir können uns auf die nächste Kiste freuen Du kannst losrunnen Ja und dann machst du noch einen neuen Ja dieses Dieser andere Flex Drei Jahre später Du musst ja mal überlegen was mehr Sinn macht Hier das macht mehr Sinn Schon irgendwie ja Als einfach nur oben Hast ja eh einen neuen gewürfelt ja Was? Ja Ron Rosi viel Spaß ne? Ja Gibt ja jetzt immer 15 Schaden wenn du im Wasser stehen bleibst Ich würfel da einfach mit einer neuen durch Einmal straight komplett durch Na dann Viel Spaß Ich glaub das bringt nicht mal eine neuen bringt da was Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Acht Ja Neun Ja das healing hätte ich vielleicht danach braucht aber okay Sehr bin ich mehr drauf gehabt was es ist Du darfst nicht vom Licht erfasst werden also musst du immer in der dunkelheit sein Alles klar Ich weiß nicht mehr wo ich bin Boah ich bin zu verdammt Alter Boah ich bin zu verdammt Und Und War ich der einzige der noch ge- Hä? Hat noch einer was von mir gelebt? Ja Toll Ach mann Ja zieh Leben ab Alter komm ich Ich weiß Ich weiß Digga also wirklich Wie brauch ich denn eine 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 Ja komm machst du Ich kann natürlich jetzt auf safe gehen Ja nimm die Rakete komm safe Bei der ersten Kiste wo weit und breit Ja Wo weit und breit keiner denn hier ist Ja unten unten Ja 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 Nein Boah der 18 fällt der in zwei Würfel 5 Felder da gebe ich in Felix Schlüssel 245 da kriege ich neben Schlüssel soll ich lieber nicht abgeben Ja Warum denn Weil ich nur da empfiehlt sich ja jetzt muss ja reinlaufen Ich überhaupt irgendwas kann ich das hier nehmen nicht Kannst Kaktus anziehen Ja Ja Richtig nötig Direkt wieder ausschalten einfach Neues Blätter Bestes überhaupt Ach Nein Ja mein Lieblingsspiel Best game schon wieder Sand Sand in der Puppertze Verpiss dich Ja genau Ja genau Ja weil dafür finde ich keine Diamanten Ja du hast doch ist doch egal du hast das ja genau sagte er und habe findet ein Und findet zwei aber ich kann nicht aufnehmen Boah der Bot wollte kommen und mir einen Klauen aber ich habe trotzdem Schalalalala Kann nicht sein Oh mein Gott ich mache euch so nass Spielt ihr überhaupt mit? Ja Leider Oder mache ich hier alles alleine Ja Gut Moment Ja Finde ich gut Hä Sechs schaden Was? Wir haben einfach in den Fuß geschossen Du Affe Und du kriegst die drei Gibst mir den Schlüssel ab Bam Oh Ja Ja Komm Komm Ja doch es ist noch möglich dass es wieder joggt Es ist möglich dass es wieder joggt Ja Komm Ey Es ist nicht möglich dass er jetzt nur ne zwei würfelt Ja ok damit äh ja Damit hätten wir das jetzt auch schon mal erledigt ne Zweite ist nice Er sagt nice alter ein anderer kriegt ne truhe er sagt nice Ja was Hatte keine Schlüssel bekommen Ja oder Gut dass ich noch da stehe Schön Thanks Thanks Okay dann neun Ich meine du bist eh klar an der Kiste aber du hast halt keine Schlüssel Ja nicht genug Schlüssel Das sind noch nicht aber es ist Ja Der muss erstmal in die andere Richtung laufen ne Ok Stehen bleiben auf denen die weg gehen Äh genau Ja genau Genau Und tschüss Wir sagen goodbye bye 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 Ja easy Jungs 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 Wenn du dann drauf ankommt macht aber wirklich nichts Du hast nicht auch gelenkt Guck da sind meine zwei Schlüssel Jungs Felix Mit noch eins Teleporter Bam Ah ne Als könnte die schnellste Runde der Welt werden Nein Stopp Stopp Erlaub ich den nicht Nein ich hab nur 30 Schlüssel erstmal Achso ja ok Echt so alter was Was denkst du eigentlich wer du bist Ich bin da mal überlegen Rakete Ne macht ja keinen Sinn Ja mach dann krieg ich noch mehr Schlüssel Schlüssel abwacht komm Ja Thanks Das war so doof Alter jetzt hast du doch keinen Teleporter äh kein Ja Scheiß drauf Scheiß drauf Gib mir die Schlüssel Für die Zähne schlüssel ich eh nicht gebraucht hättest Teleporter So komm jetzt noch ne neun Acht ok Acht Und der hat die Kiste oder Ne Eine zu wenig Na Ne Doch ok Alles klar Meins Hä what the fuck was ist denn hier los Digga Ich bin komplett aus dem Spülhaus Ich bin komplett aus dem vor Ich hab gar nichts zu melden hier in dem Ok Ach so du bist viertes Platz Ist doch gut Erste von hinten Wollts doch sein oder nicht Ähm Halt dein Maul oder was Ja Ein Geschenk Mach auf Ich bin halt äh Tatsächlich ein bisschen verloren Ey Exakt Nice Mein Lieblingsspiel Hä Hä Ach ich hasse dieses scheiß Spiel Digga Also das ist so dumm dieses Spiel Schau dir Etienne an Alter wie er es fühlt Digga Einen Sandsack zu sein der rumrollt Ey er ist mit Leben einfach Junge er fühlts Ja Felix Alter Felix ist da Jetzt wird er mich verarschen hier Guck mal bei dem letzten Ding Weißt du bei dem letzten Ding Wollte er mich das Teil voll verarschen Leg mich am Arsch digga Also wenn ich die Hunde nicht gewinnt Dann ist aber auch Dann ist er auch Skriptet Dann ist Skriptet Er hat ein Teleport Er hat ein Geschenk Er hat ne der Key Er hat zwei Aubergine Er hat noch das Mega Geschenk Aber keine Schlüssel Stimmt Er muss würfeln Kommt Drück auf bestätigen Ja Geht doch nicht mal Doch geht Klar würde gehen Frägt aber nicht Dann hätte er halt nur noch drei Schlüssel ne Erstmal Abrissbirne holen So let's go Ja Ne zwei Aber ist doch gut Du brauchst Schlüssel Ja Ich sag's auf Ansage Das wird aussetzen Ja Ja Easy Tschüss Nein Oh nein Nein Ich spiel es nicht mit Ich glaub ich bleib einfach stehen Ich hab grad ein Scheiß Geschenk aufgemacht Du musst da aussitzen Weil ich böse war Er ist das hässlichste Spiel überhaupt hier Direkt Eis Aber sowas liegt halt in Felix weißt Sorry aber da schlag ich dich lieber in Mario Kart nochmal Mario Kart da bin ich Killer Wer nicht Ach der geht Ich glaub ich fahr einfach in die andere Richtung Ganz ehrlich Mach Nee Das ist nicht letzter Ey das ist das Spiel Das liegt mir immer nicht sorry Ja aber das musst du aber auch studiert haben Alter Alter ehrlich warum fahr ich überhaupt Ja Hallo Hallo Da möchte ich ja nochmal ins Gehen kommen Hi Na Rakete noch eine Hast du nicht schon eine? Ja Ja Zwei Raketen Teleport Geschenk Alles Also wir müssten eigentlich jetzt voll Fokus auf Felix machen Ja mit was denn? Mit 19 Schlüssel ne? Das ist der Info Guck mal Leichteste Runde Du musst wieder zu ihm hin und 10 Schlüssel ausgeben Halt ein Bot weniger ne? Ein Bot weniger und eine kleinere Map Danke Hä Digga das war doch jetzt voll dumm was du gemacht hast Irgendwie schon ne? Ich wollte ihm nur ein bisschen Schaden machen Ach so aus Das bisschen hat es jetzt voll gebracht Hm pass auf Gibst du jetzt wirklich darüber? Ne Ja Aber jetzt habe ich noch einen Schlüssel Dann kann mir gleich deinen einsammeln Du hast zu wenig Musst gleich nochmal welche ausgeben Ich muss gar nichts Also ich muss sagen dass du hast es gerade echt gut verpackt dass du deine Rakete verkackt hast Muss man muss man dir einfach lassen dass du hast du gut dass du dich gut rauskriegst Ja weil die sinnvoll geused wurde Weniger Schreib mal bitte in die Kommentare War es sinnvoll oder nicht? Nein Ich schlag dich Pass auf Pass auf Sagt er pass auf Und jetzt gleich kriegt er nochmal so Kugel ab Auf Ansage Hier hast du deinen Schlüssel besitzen Danke Habe ich überhaupt irgendwas? Mies Ja komm Mies Einfach nur mies Warum bist du eigentlich da dann gegangen? Ja weil ich da schneller bin Aber willst du den Schlüssel ausgeben oder wie? Ne klar Ich hab's ja Ich hab's ja Wie hab ich denn 39? Äh Minus 10 wäre halt dann schon bitter ne? Musst unten rum gehen ne? Ja Nein Nein Alles geplant Alles geplant Alles geplant Egal wer jetzt von euch ist ne Ruben wenn du das bist Ich fokussier mich wieder nur auf dich Ja auf mich geht Das macht so gar keinen Sinn ich hab das Atomfass das ist dir bewusst ne? Ich will nur mal sagen Ich will nur mal sagen Er hat ne Rakete Ich hab das Atomfass Überlegt euch mal wen ihr als erstes rauskicken wollt Auf geht's Auf geht's Ab geht's Tschüss Moin Leute Schon wieder Als ob das einfach so ist Auf geht's Auf geht's Dann muss ich auf rot gehen jetzt extra Ja ich geh einfach auf alle Gut damit hat der gewonnen Tschüss Der Bot Du musst auf den Bot als erstes gehen By the way Digga ey ich bin einfach auf alle gegangen Jetzt war der in der Mitte und du hast einfach nix gemacht Ja wenn du dich da einfach nur so hinstellst dann triffst du ihn ja nicht Rumien schafft freigeschalten Blitzhalbleiter Perfekt Da seh ich mich aber auch So gut So Dann war das ne kurze knackige super runde Außer Ruben Ach ja genau Die Schrotflinte Der geht auch niemals bis zur Oh Boah Alter nein Nein Sechs Ja So muss das So muss das Egal wenn ihr jetzt auf eins kommt wo ihr ein bisschen Schaden bekommt Und zur Not noch ich ihn aus Leute was wollt ihr eigentlich Ich komm da doch eh nicht mehr hin Doch Ja aber nicht vor dir Ja Ne also passt schon Bleib nur bei dem Gedanken Achso du machst jetzt Big Blaze Ich würd'n Felix angreifen Ich könnt ja Rakete nehmen aber ich komm ja nicht so weit Stimmt Ach komm Nur was knuffern No fucking way werfüllt er jetzt ne 7 Ich kann nicht hinschauen Digga Komm Nein 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 Es war so knapp Ja wahrscheinlich Digga Fucking Geschenk Fuck Kommst du mit der Oberschiene rüber Nicht gell Aber du hast ne Abrissbrille Ja Damit krieg ich ihn down Aber dich nicht Ja Ja aber ich bin sowas von ungefährlich Bring ihn noch auf Gedanken Hä aber das ist das Schlauste Du hast zwei Pokale und steht ein Feld vor der Kiste Ja Und hast genügend Schüsse gehabt Ja Ja Bist Also es war das einzige was Ja wollen wir wieder zwei Stunden spielen hier oder was Ja aber Also lieber spiel ich zwei Stunden als dass ich verliere Ganz ehrlich So let's go Also dass ich wissentlich verliere Ja genau Wissentlich Hm Hm Ron Rose ihr habt gehört wir spielen das noch weiter bis 20 Uhr Bis äh 23 Uhr Alter In meinen Stream rein Rein da alter Es ist schon viertel neun Viertel sieben meine ich Ja Stream fängt um 8 Uhr an ne Leute verstecken sich alle unter dieser scheiß Treppe ey Ah ne behalt das Ja Er springt runter Nein Ja Ja Alter Gut Es ist unglaublich Pst Nein 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 Пласs Als ob ich den nicht gekriegt habe Als ob ich ihn gerade nicht gekriegt habe Geht daneben Jaaa Passiert dieser bot ist so schlechten unglaublich ist besser als du dich den blauen klar manchen blauen kompon die welt ein zwillig mit meinem dritten geschenk aber keine schlüssel da kommt schon wieder auf den anderen kack scheiß drauf ich kann doch dort mit ron rosie aber ich habe doch auch einen und wollte ich mich einfach ich habe gar kein telefon aber egal ja habe ich mir schon gedacht natürlich hast du teleport was laberst du ja macht die tour auf jetzt und ich hole mir noch das geschenk als ob es wird nichts du darfst wieder auswählen was das nächste mini spiel ist jetzt gibt es dann zum glück gibt mir leise ja was bringt denn das der kannst du ja nein nicht dieses spiel cool der taste ne felix hat eh keine chance ja direkt tot da bin ich dann ganz vorne so glücklich sind die farbliche unterschiedlich nein einmal raus ne ja einmal raus bist du raus ja wenn du einmal raus bist bist du raus ja noch mal flexen hier ja jetzt kommen raus jetzt kriegt eine oberschiene ja ich glaube nicht aber aussetzen ja na und du hast auch noch geschenke ich habe noch geschenke leute ja komm hier viel spaß dabei komm der weiße der krieg dich jetzt weg weil er keinen bock auf dich hat na ja er kriegt mich weg was ist das singst dafür kinder ad 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 hoch runter ich hoffe w s ad ne 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 hoch runter alter ja ok digga warum hast du denn noch viel mehr als ich aber am ende am ende gewinnt der der da mehr steht doch hey das macht ja gar keinen sinn ich habe eins nicht getroffen glaube ich oder zwei mal du bist du bist drei vier mal hast du deine combo abbrochen kombo ja kombo ist ja wie viel schlüssel kommen darunter wenn ich ihn jetzt hört ja nicht genug hätte ich lieber das magnet das magnet jetzt machen sollen hohe zahl jawohl reicht es denn ja als ob schon wieder an der stelle ach bis wieder back from the underground auch ernsthaft das willst du spinnende schläge alter schneller schiefer das ist so kacke warum kriegt denn hier nichts vernünftiges er ist direkt da einfach ja ich doch gesagt das ist jetzt mal die kürzeste runde überhaupt gewesen ich hab drei schlüsse noch ich wollte gerade sagen ja drei schlüssel also von dem her von dem her juckt eigentlich nicht was er jetzt macht ich muss erst mal euch schlüssel abziehen jack holt sich holt sich jetzt auch erst mal zwei lol aber er hat halt ein geschenk wenn er jetzt geschenkt nutzt und ich denke mal dass es ihm geben wird dann hat er gewonnen ist mir egal komm gib her jawohl aussitzen tschüss steuerung keine ahnung wie schieß ich denn mit links klick oder leertaste ach 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 ha ha trigger finger das ist zu schlecht die runde von mir wieso krieg ich nie exzellent wie krieg ich immer langsam als ob ich noch schlechter war als der bot das ist nicht gut also an deiner stelle würde ich vielleicht vorher noch mit dem bot oder dem leser fängt wort es gleich gar nicht mehr machen kann jaha der kann da hinten eh nix ausrichten du hast acht schüssel du bist auch komplett raus und der bot hat null trophäen denn der juckt mich auch herzlich wenig wenn man so sich ja was was kann er machen er kann es ja geschenkt mit einsetzen jetzt ob du das triffst er kann mich durch ein baum kommt doch können ja doch ich denke es geht schon aber es macht fünf schaden große kopf 7 ja hier oder nichts ich mal für den hier und drei schlüsseln und da kriegt gleich der ruhen wenn er jetzt wenig läuft kriegt er erstmal gleich von mir so ein richtiger kopf hallo ein berg von die andere grunde ich schon überlegt das zu machen also jetzt tschüss ich will entscheiden dass mir nicht nein aber das letzte mal habe ich da war ich die klau ist ein schnauze nein wo ist rot wo ist rot wo ist rot ich sag du gehst auf rot du bist doch in mich rein ich glaube ich spinn wieso das am meisten ja ja nein es bringt aber nichts du hättest vorhin kommen müssen ja vielleicht habe ich pech und nur zwei leute hättest du mir kein fast lieber kaut hätte ich ihn jetzt ficken können gut er muss jetzt aber auch irgendwie nach neun würfeln so erstmal für 14 schlüssel na warum nicht bringt ja gar nichts nur ich teleportiere dich jetzt einfach weg wenn ich jetzt mal neun oder ja jetzt wahrscheinlich noch schlüssel danke bitteschön ja aber du bist halt weiter weg das hat das etwas wichtiger das ist ja noch schlimmer als das autofahren vorhin ja 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 wie fährt man überhaupt wie fährt man überhaupt ach so ich habe nicht mehr eine runde sorry nein ja ich bin second fast ok gg das war unverdient ne das hat wirklich also sorry aber du hast es halt nicht verdient ich war so konstant viel besser nur wegen dass ich einmal am ende gechokt habe so was jetzt wird mein kopf eigentlich auch irgendwann mal wieder kleiner in zwei runden es macht für mich zu gewinnen mein ort ja weil ich kann ja eh nichts machen ich bin gestorben ich bin noch ganz hinten hast du was muss ich das was ich bin noch da musst du erreicht so mein kraft speedrun und snap schade aber es war ja aber es war der richtige der richtige ansatz schade 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 genau versammelt euch da beide und dann kommt die obergeen echt dieses spiel soll ich unbedingt muss ich unbedingt rausnehmen das ist so random jetzt gegen also wenn du jetzt schon wieder nicht gegen etienne spielst ne dann ich schieße nach hinten okay ich schieße nicht auf dich sagt er und schießen drückt irgendjemand anders schießt auf mich ich schade ich schade Ich habe noch ein paar Teile. Ich habe noch eine Part. Etienne, flieg halt jetzt in das scheiß Wasser. Nö. Ja, da fliege ich rein. Ich bin auch noch vor ihm rein geflogen, oder? Ja, wahrscheinlich fliege ich noch vor ihm ins Wasser. Wahrscheinlich, oder? Ja, alle gegen mich. Ist voll unfair. Wenn es einer verdient hat, dann du. Ah, danke. Aber Ladies and Gentlemen, ihr könnt euch jetzt dann auf ein Spektakel gefasst machen. Die Bob checkt, dass ihr das ganze Ding noch gewinnt. Die Stunde später. Er hat halt keine Items. Ja, nimm nur alle meine Schlüssel mit, Alter. Gern, gern, gern. Gib sie direkt wieder ab. Nee, der hat lebendmacht. Ah, okay. So, Kopf ist weg. Das heißt, Etienne, deine Zeit ist voll. Schon. Ach, Goldreden. Rest in Peace, brother. Ist so unfair, ne? Hattest du keine Shotgun? Wäre das nicht viel einfacher gewesen? Nein, weil ich wollte ich vollkill. Ganz. Also, ich wollte auf Nummer Nummer sicher gehen. Alles klar. Ich brauche die Schlüssel, ja. Ja. Okay, behaupte, Alter, komm. Ich brauche es ja nicht die Schlüssel. Felix hat nicht genügend Schlüssel. I like, I like, I like, I like. So, was macht er jetzt? Aubergine auf mich? Oder Aubergine aufs Alien? Ja, wobei, jetzt könnte er es schaffen, aufs Alien. Bei mir müssen wir einfach die Tüge springen. Ja, ist er. Du bist halt zwei näher dran, ne? Nee, oben kann er herum, stimmt. Also, er kriegt beide. Ich bin seit jetzt die Qual der Weine. Wer ist mir jetzt erstmal gefährlicher? Etienne braucht einen echt langen Weg, ne? Ich bin ganz am Ende. Ja, ja, oben ist den Weg schon ein bisschen länger gegangen. Stimmt, ja. So, ich bin auch auf mich gegangen. Jo. Ach, das musst du da. Hm, der ist, es hat da auch nicht nur den zu tun, ne? Hm, wahrscheinlich. Egal, ich war mir meine Schlüssel und dann komme ich irgendwann, dann bin ich, bam, da bin ich. Und dann bin ich, meine Schlüssel, meine Schlüssel. Du musst halt laufen und dann gibt es immer so Fehlern. Ach, das ist so ein Scheiß-Spiel, das ist auch so random, Dinger. Also, wenn es ein Spiel gibt, das random ist, dann ist es das. Okay, was ist das Ziel? Du musst hier laufen und die großen Dinger einnehmen und dann quasi so viel Fläche wie möglich für dich einnehmen. Und diese Bomben, da kriegst du dann Zusatz, Zusatzfläche. Das Ding ist, du kannst die ganze Zeit richtig kacke sein. Ja, man. Du gehst am Ende einmal so ein Ding und dann hast du gewonnen. Deswegen ist dieses Spiel auch so krass random. Guck mal, ich war die ganze Zeit am führen und jetzt einfach gegen Ende reingekackt, weil nicht mehr das Ding kommt. GG. Neu. Taktik, Taktik, Taktik. Eigentlich ist das super, weil du läufst nämlich jetzt schön mir in die Arme. Genau und dann schön abschießen, Digga, und schön die Schlüssel mitnehmen. Ja, komm. Jetzt die Frage, schick ich dich wieder zurück in Gulag oder nehme ich den nur deinen Schlüssel? Ich würde ja nicht schließen. Er hat halt nichts krasses, weißt du, wie ich meine? Wenn ich die Schlüssel nicht habe, komme ich ja eh nicht an die Kiste. Ja, aber er hat halt auch nichts krasses. Da sind wir doch mal durch, ne? Ich weiß es nicht. Du hast die Frage, Tat B? Ja. Ohohoho, ist das Pils von Felix, Alter. Tat B? Ja, musst du grad sagen. Du hast mich die Runde davor abgeschossen. Ja, gut. Mit nem Laser, um sicher zu gehen, dass du mich triffst, allein ist. Ich bin scheuer, ey. Ja. Ruf, du machst nen Fehler, ne? Wir schlachten uns einfach noch alle gegenleidiger. Ich wollte es eh drücken. Du wolltest eh drücken. Du wolltest eh drücken. Ich wollte mein Geschenk nutzen. Aber ist in Ordnung. Zur Not hol ich mich halt jetzt. Ja, er ist auch weg. Schließen. Ja, egal. Jetzt Minigame gewinnen und dann ist gut. Ey, Tien, wir müssen jetzt beide zusammen gegen Ruf spielen. Nee, 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 du hast nicht grad abgeballert. Nee. Ich spiel ganz sicher. Okay, gut. Dann lass Ruf in das Spiel jetzt gewinnen. Ja, aber das geht ja gar nicht. Es gibt nur Gewinner. Also wer da chokt, also ich will jetzt nicht selber mich ficken, aber wer da chokt, ist echt verloren. Das Einzige, wo du choken kannst, ist, dass du es Englisch nicht übersetzen kannst. So, was müssen wir jetzt hier machen? Count Tiger, also du musst, du musst das, was oben in der Mitte steht, musst du zählen und dann musst du immer Leertaste drücken, wenn du eins davon gesehen hast. Also wir brauchen jetzt Rabbids auf Pandas. Ja, easy. Also da gibt's zu wenige Bates. Ja, der hat einfach null genommen, oder was? Ja, jetzt ist es wieder random, wer erster wird, weißt du, wie ich mein? Jetzt wer wird erster? Ja, wir sind alle drei erster. Ja, nein, danke. Und wer jetzt als erstes dran ist, ist halt zu random, weißt du, wie ich mein? Es macht halt einfach keinen Sinn, dass ich jetzt als dritter dran komme. Ach, nee. Aber jetzt muss wir rufen, jetzt muss wir rufen mit einer Hass und ne... Digga, Fick, Digga. Ja, teleportiert dich am besten mit ihm. Hey, ich hab' nen Teleport. Ja, hast du? Ja, natürlich, den hab' ich doch von Anfang an. Hast du nicht schon benutzt? Nee. Doch. Hä, nein? Ich hab' keine Ahnung. Ich mach's einfach. Aber jetzt kann ich einfach rufen, direkt. Bam. Und dann spoilig, eins hier, die Meter neben dir. Ja, theoretisch schon. Aber ich muss dich ja nicht so, bam. Ich kann ja auch einfach den hier machen. Hast du einen? Sehen wir jetzt. Komm, gib mir ein Geschenk noch. Irgendein nice ist, oh, das Medi-Bund, Alter. Ja. Iggy. Geil. Nur Rakete, ja. Da sind Schlüssel. Perfekt. Kaktus, passt. Aber 9 HP, ich sterb halt nächste Runde. Ah. Naja, es sei denn, es geht wieder runter. Bevor du dran bist, nächste Runde. Das ist ja erst, äh, ist ja erst, äh, äh, ab hier. Boah, Jack holt sich einfach die Kiste, Alter. Der kennt da gar nichts. So, das heißt, wir haben jetzt wieder ein Minispiel, ne? Worum geht's? Ach, ja, das hatte ich schon mal gespielt, ne? Ja, einmal hat ich schon mal gespielt. Nee, schon. Oh, hä? Als ob ich einfach direkt Schaden bekomme. Du wirst sein losses, Alter. Ich bin lost. Ich verstehe dieses Spiel einfach nicht. Also, wer jetzt hier noch lebt. Ja, als ob ich jetzt so schlecht wäre, dass ich immer sterben muss. Das BOT gewinnt. Und holt sich damit die Kiste. Es ist unglaublich, was wir hier veranstalten. Es ist einfach unglaublich. Das ist das beste Feeling auf der Welt hier. Jack, let's go. Jetzt ignoriert er die Kiste. Das wär doch mal was. Jetzt komm, direkt eine Kiste vor meine Nase spawnen. Nee, die geht längs unten. Was? Wo ist der? Ist ja gar nicht so weit. Ja, aber das Problem ist, ich sterbe jetzt. Ja. Wie viel Schaden macht es? 16, ja. 16, ja. Aber ja, noch mehr. Ja, habe ich noch genug? Ja, ich habe noch genug. Lass mal kurz gucken. Kommst. Was machst du? Ich gucke. Ja, egal. Let's go. Drei Felder. Eins, zwei, drei. Alles klar. Und? Ciao, ciao. 37, ich wüsste aus. Wie Schlüssel verliert man denn? Seid ihr denn alle geistig behindert, Alter? Ey, so, so, ach. Ja, aber Felix hat glaube ich auch noch ein Telefon. Macht das Sinn für sie? Boah, hab ich schon ein bisschen. Hat Felix noch ein Telefon. Hat Felix noch ein Telefon. Du, fragst du mich das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur ein Geschenk. Ich kann ihm aber nicht den Schlüssel abziehen, weil wenn ich ihn töte, verliert er niemals 20, ne? Und ich kann ihn auch mit dem dazu. Nee, ja, gut dann. Ja, nehmt mich, ist okay. Tschüss. Wir müssen aufs Geschenk kaufen, dass es beim Felix Jobs ist. Das ist das Geschenk. So, entweder, ich setze jetzt mein Geschenk ein. Oder, ich bin gefickt. Ja, ja, oder Käthe. Ja, komm, komm. Nein, 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 nein. Nein. Ey, das ist so, nein. Ich hätte ihn doch gerade eben mit der Abrissbindung hunden. Ja, natürlich. Als ob das Spiel jetzt so endet. Motherfucking Animal. So, let's go to the Pummel-Award. Nein. Digga, Ron und Rosi, nächstes Mal wir nur, wir beide, ne? Ja, ohne Felix. Ja, ohne Felix. Der ist einfach zu stark. Geht aber nicht. Bleibt aber nicht. Nein, nein, Felix, Felix, wenn er möchte, darf er bei mir immer dabei sein. Weil ich hier, die meisten Schaden, ich bin halt einfach der Aggressive hier im Team. Nächstes Mal mit mehr Menschen, ey. Weniger Potz. Ja, also Felix, ist doch raus. Ja, ich habe am meisten Schlüssel, Leute. Ich habe am meisten Schlüssel. Geil. Ja, ich nicht. Wollen wir mit den Spielen? Ja. 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 Let's go, Digga. Und da hat der Felix vier Schlüssel und hier nur drei. Ha! Und deswegen ist ganz klar, dass... Das ist klar. Verdammt. Genau. Genau das ist klar. Ach, du bist jetzt ganz blöd, Digga. Also, das hier plötzlich aus war, ey. Ups. Ja, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Auch, wenn es so ein komisches Ende gehabt hat. Hat. Vielen Dank an Felix und RonRosie. Mit so Sagen. Ja, Mette. Vergess nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Oder einen Daumen nach unten. Wie nach... Je nachdem. Vergess nicht, einen schönen, netten Kommentar zu hinterlassen. Was es unten gibt, soll er auf dem Legostein treten. Ah, nee. Hauptsache überhaupt eine Interaktion auf diesem Video. Gib diesem Video also einen Daumen nach oben oder nach unten. Und nicht vergessen zu kommentieren und zu abonnieren. Haut rein, Leute. Und ciao. Tschüss, tschüss.